spiel selber kaufen muss zum beispiel wo ist der frosty halt nicht los rein hallo ja ja ich wusste nicht welcher du bist ja hier nach rechts gelehnt ist der hat ein haus auf dem anhänger ich hab da noch nicht ich auch nicht sich zum ersten mal ihr seid zu schlecht ich bin warum ich bin höchstens zwei dreimal gestartet das im neuen weib hier auf der seite wenn wir durchgehen müsstest du leiten weil du kennst dich da am besten aus unten ja also wollt ihr hier durch hat dann können wir ein sub machine gun taschenlampe wie schalte ich dir ein t mit t nice hast du ein t ich brauche noch narka auch mit single fire folgt dem typen mit rosin wawawa 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 jetzt weiß ich was ich vergessen habe ich habe meine drogen vergessen ich brauche drogen jeden tag ihr hört schon er wird wieder normal sein ich kann es dann besser sehen ach ja hast du schon mal gesagt ja genau dann wird es schärfer und ja da können wir auch schmerzmittel rein gehen relativ ekelhaft ja ja das sind ja genau die habe ich bloß nicht mal ja ich glaube auch noch nicht aber frisch ich gehe einmal ins zelt ne habe ich nicht dann johannes er sagt ja ich nehme einfach drogen kurze frage wollt ihr zur oli oder wollt ihr ähm mir egal ich brauche salz in tnt am besten beim oli da am lager hinten an der grundlinie vielleicht da wo ich jetzt richtig ne ne ich würde tatsächlich sagen also wenn wir jetzt hier hochgehen sind wir beim oli an den kassen hinten bei den berührern ne ja mhm dann würde ich tatsächlich sagen wir räumen die kassen auf und gehen dann mal nach oben also aus dem oli raus nach oben ja nach dem tech oder tech neid tech light oder wie das heißt mhm genau ich glaube hier war was oder hier gibt es unten nix oder nein ich meine hier ist ne kiste oder ne ne ey ich komme immer durcheinander mit scheiß rolltreppen hier stopp 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 ja weil ich was hören wollte du oh genau den wollte ich hören ja dann schieß doch auf ihn ich muss ich habe irgendeinen vor mir hocken da muss ich drum herum gucken gerade ja und ich habe stopp gesagt weil ich hören wollte ja aber wenn wir alle auf der treppe sind dann gibt es keinen stopp 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 heilt stopp warum reagiert denn keiner im chat heilt hier bleibt alles so wie es ist he das ist mal was anderes he wenn du nix dagegen hast würde ich den triton mitnehmen der ist eindeutig besser als meine wo ist denn der affe der stand direkt hier vorne auch rechts und weiter hinten gehört es war jetzt ein schuss definitiv es schießt was eine treppe ich weiß auch nicht was aber ich werde nicht mehr nachgucken weil der hat mich in visier gehabt wir hocken ja noch an der rolltreppe ich hock an der rolltreppe wie komme ich denn hier wieder raus ich komme zwischen paletten nicht mehr durch keine stärke dafür kann sie da nicht durchlaufen die richtung zu uns ja das habe ich ja gerade versucht da durchzulaufen und dann bin ich hier festgegangen alter was ist das denn jetzt hier war die muss erstmal ausdauer ich mich regt auf dass ich den scheiß laser nicht ausgeschaltet krieg trotzdem mal hinter uns kann man die türen zu holen ja hier ist was an den kassen bin ich okay du holst die leiche habe ich recht wieso komme ich denn hier raus auf jeden fall noch einmal propagand ich kann mich auch nicht legen das ist vielleicht rückwärts raus springen den tipp den im letztes mal gegeben hast um höher zu springen leg deinen rucksack ab und er hat probiert rucksack wieder greifen habe ich gerade probiert ich habe nicht ich habe nichts drin im rucksack außer schalte ich komme hier nicht raus zu den zeugs in den rucksack alles was du hast und versucht das dann genau deine weste könntest du da reinpacken in den rucksack also alles halt rein wir decken dich auch ein bisschen bisschen wenn du drauf gehst du drauf ich bin hier auch einfach nur reingelaufen also ja dann merkt es dass wir da alle nicht mehr rangehen weil das ist ein guter winkel ist wahrscheinlich das boah das ist echt sonst könnte man da durchlaufen aber ich würde es nicht versuchen warte mal ich druck mich ich komme ich komme nein ich komme doch hier gar nicht ist weg aus der stelle ja aber wenn du auf mich drauf springt ja dann hängst du aber auch hier drin links von kassen oder ja ich habe zurückgeschossen ist wieder an der treppe ist wieder an der treppe ist rechts zur treppe rechts zur treppe verschwunden hinter der mauer nach rechts hinter die mauer gegangen aber nicht ganz rechts durch unsere rolltreppe glaube ich ich glaube gegen dich du springst naja ist das ne scheiße unsere rolltreppe ist unten frei ok oh gott sei dank alter hatten scheiße dann geht er nie wieder hin kann er mal wieder vorkommen ich kann nicht so lange zielen kann auch sein dass ich ihn getroffen habe ich habe einen schuss halt auf sein kann einer quatscht hier einer quatsch ich rede von dem ich rede ja von dem pmc der da hinten stand ach so der auf mich geschossen habe hier liegt auch noch einer ich gehe hinter die kassen soll ich eine granate mal in die richtung werfen ist das soweit ruhig mal achtung ich bin zwar für dass er soweit werfen kann mal zu kurz hätte ich auch nicht mitbekommen kann er sein dass er unten ist ja das habe ich vorhin gefragt also an einem eingang unten ist er nicht aber einer läuft mit mir ne ja ich bin parallel rechts ich meine wir müssen eh weiter dann geh mal hier weg bevor der pmc uns noch irgendwo umlauft ist einer von euch ja das heißt ich bin rechts ok habe ich ihn liegt auch der pmc bei den schmucklingern da also diesen fächer war nicht ja ein bisschen weiter vorne noch hinter dem stapler ich wundere war das der scaf der unseres geschossen hat oder pmc das war ein scaf rechts da läuft noch ein scaf rechts ich wollte sagen da war ein ton den nur zwei von uns sind die anderen schon durch ich bin beim sie hier vorne ach so hier ist noch eine kasse ok ja hier war ja noch der eine scaf zum looten der hat noch eine schrotflinte falls jemand interesse hat ja dann nehme ich die noch gerne 153 er hört sich gut an aber keine muni ne doch die habe ich die muni ja verdammt ich gebe sie dir sofort die selger 9 habe ich hier liegt hätte ich noch muni der müsste unten sein wo bist du wegen der muni rechts vorne beim sigi da wo du den anderen gekillt hast ich lege die muni in die weste von dem genau bei dem dankeschön jetzt sind wir zu dritt kommt nach vorne ja da ist der fünfte kommt aber wo ist jetzt der pmc in das frage ich mich echt er ist weg der stand genau hier weggerannt wir haben nur 28 minuten sogar nach vorne also ja lass durchs grafcamp gehen ne wo wir uns sofort ach ne ich dachte eher durch die ähm dinges durch also hier einkaufszentrum ja dann lass den plan beibehalten und die rollteiber hoch hinter den kassen einer ist am infoschreiter ja ich bin gerade noch im gucken moment ach ne hdg schade ja ok gut instant wo ist halt ihr wir gehen jetzt richten ok ja ja ich komme alle rein also rollt treppen hoch habt ihr dir gesagt ja ach direkt ok hallo willkommen kabel oh hier war noch keiner nach tetris ausschau halten vor uns spielt was ach du im scap aber hier im scap ja ja standard verkauf durch den gang da rechts beziehungsweise könnte der auch in dem der könnte auch im nächsten klamottenladen sein das hörte sich von links vorne an ja ja dann äh hinten ach doch da in der mitte ganz vorne ist einer gerade an der infoschalter vorbei ist nach rechts ich bin im klamottenladen ich bin im klamottenladen keine ahnung jetzt glaube ich weiter schön 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 synchron ich bin im klamottenladen ihr steppt doch was vor uns ich bin vor euch oder ne auf der rechten seite wie steht man auf der rechten ja dann lebt er noch er kann auch hier in dem laden von drin sein vorsicht oder in dem hinterraum des ladens ja tisch steht auch offen vom bürgerhaus also von der mitte kam jetzt die schüsse ja er läuft jetzt bestimmt links rum so johannes du musst schon auf die hier rumstehen der kleine dinger kann doch dann gut ausbauen hallo wir haben das gab sogar gefeiert gehabt hier hinten sehe ich gar nicht echt ja der liegt hier als wir geschossen haben er hat eine doppelläufige shotgun rechts außen rechts außen gelben licht in der mitte jetzt die treppe runter die rolltreppe auf der gegenüberliegenden seite ok die rechte ich habe ihn oder du hast ihn ich weiß es nicht genau was ich warte bis ich da runter gehe erstmal mit schön mittig wir gehen noch nicht runter wir gehen hier weiter jetzt auch nicht vor ich will auch nicht erst mal runter gegner aber er lässt mich hier rein rennen wow rolltreppe ja war es doch wieder ich dachte jetzt wer der gewesen alter ist nach links gelaufen das bin ich ne alter und ich denke schon der schuss das war aber knapp doch gut dass er nicht treffen kann hallo also das bin ich hier ne hallo das bin ich ich weiß ich habe mich geschossen bei der hinteren rolltreppe die runter geht nach links hinweg ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe er ist jetzt weg shit ja dann schillen wir mal nicht hier und gehen auch weiter ja also ich komme jetzt zurück zu euch oder was ich hätte auch nichts dagegen runter zu gehen hier in der mitte und das ganze die geschäfte abzulaufen die spieler sind jetzt auch schon gespawnt wir werden jetzt sowieso im idea gleich spaß haben denke ich mal die gerne auch sein die spieler dann aber ich muss noch was trinken dann können wir weiter wer läuft davon ich bin jetzt bei euch hier ich bin auf der linken seite hier so spannend ich muss ein paar keks essen ich muss auch was essen bin auch beim fc das ist ja witzig ich habe mit der waffe jetzt glaube ich sieben runden durchgehalten jetzt wenn ich noch sterbe durch ein team kill da wäre witzig habe ich volles mech ja ich nicht hier ist nix rolle treff runter ja ganz kurz nur nach rechts gucken weil da ist auch noch ins kev ach so ist über die ecke schießen ok ich geh runter der zweite geht runter dritte der vierte und der fünfte der nebel gepasst mir irgendwie gar schon also der ist totes gelootet ja nach idea wird jetzt lustig stimmt ich sehe ob das lustig wird da läuft was das sind zwei rechts nach idea einer rein einer am spielplatz einer rechts rein vorsicht immer nicht vor meine waffe einer rennt durch zum durchgang ich kann nicht schießen wenn zwei leute vor mir rum springen erst beim durchbruch durch den kriegen wir nicht mehr das ist mit hinten schreit einer links auf jeden fall schreit und rechts ist einer im idea drin ich gehe links mal an irgendwer von uns pusht ich habe gesagt ich gehe vor ok entschuldigung heute bekommt er noch den durchgang rechts ich dachte du bist das und schon kriege ich die stelle richtig gut rechts von uns ich seh den nicht da hab ihn wo denn in der anderen treppe rechts der hat uns im laufen vom idea links der schreit immer noch rum wer aimt denn hier auf uns aimt einer von euch ich aim ihn nach links Richtung spielplatz rolltreppe wer rennt zur rolltreppe jetzt rüber ich bin gerade rolltreppe weil da ist einer ich hätte dir fast den kopfschuss gesetzt ich hab ja auch meinen arm verloren deswegen sag einfach du kommst zurück oder habe ich das nicht mitgekriegt entschuldigung ich hab vorhin gesagt ich gehe nach vorne links ja du bist losgerannt hast du es gesagt wir konnten ja nicht mal nein sagen ich bin im idea drin nein du standest gerade genau hier vorne am spielplatz und hast du hier rüber geaimt und sah aus als ob es auf uns aimt ist der auf der rolltreppe gekillt worden oder nicht ja den habe ich getötet voll gut der singe hin zum idea der hat eine gute ak gut das war glaube ich ein spieler das war ein scaf ja ah nehm ich die ak mit statt der vpo wir müssen nur aufpassen wir haben noch ein spieler rumrennen ne oder ein scaf spieler es waren auf jeden fall zwei das kart wollen sie dass die zwei die liegen ah ne du bist der der eine spiel ist beim idea durch den durchbruch ja den habe ich gekillt der hat gelootet wo sind die zwei scafs ich würde sie gerne nur an looten wenn es doch sind wenn das noch möglich ist der eine liegt da links vor der putzmaschine da wo einer kraft wo zwei rumrennen von uns ja der andere weiß ich nicht ja der andere ist durch den durchbruch links weg äh ist da jemand links außen links vom spielplatz ist da jemand ich bin auch ein spielplatz nochmal okay danke ja langsam nervt es echt ey entschuldigung ich war da hinten beim looten ja genau deswegen ja da rennen 15 andere leute auch hin so treffen wir uns wir sind vorne an den kassen wir sind vorne an den kassen wir sind vorne an den kassen ich bin an den kassen schon ja vielleicht können wir ja noch einen abstecher machen bei den grafikkarten dann mal sagen wir so wir treffen uns bei den grafikkarten ist doch besser oder links schreit was der kleine raum wo die pc's drin sind der pc raum tschuldigung auch fest ich sag immer grafikkarten links hat auf jeden fall noch was geschrien aber weit weg kommt bestimmt was die rolltreppe drauf das ist ne idee das ist ne idee oh ich hab auch nicht mehr viel nimmst kurz hier was essen und trinken oh die tor kennt einer von euch ja ich bin im pc raum wie ich gedacht hab dass wir uns da treffen ja ok ich hab nur gefahren ich bin nicht im pc raum hab hinten alles zugemacht und bin vorne bei den pcs dran ich geh Richtung treppe drunter ja nach unter die beleuchtete ja ja ich hab nur noch nix gelootet nur schrott schüsse bei dir ist der schuss angekommen nein nein ich hab die lampe totgemessert ah ok hab die lampe totgemessert vor dir gefährlich wird naja ok kann ja gefährlich werden ja ja das ist ja ich sag ja licht verrate dich dann und nächstatt dich im vision ich bin jetzt alleine kann das sein ja 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 ihr solltet also immer gucken dass einer bei euch ist ne weil dann passiert sowas was die da jetzt eben hatte er steht da rein und fragt wo wir sind oder du bist irgendwo am bluten und das guckt immer dass einer bei euch ist oder andersrum bleibt bei jemanden dabei wenigstens ja ja weißt du ruhig kommst du dir hoch hoch ich bin unten ach du bist unten bisschen hektisch gerade ja das ist schon den ganzen abend so das ist voll anstrengend mhm mhm sag das nicht mir sagt das takov ok geh mal raus ne geh mal hier runter oder ich hatte vorhin ein toolset gefunden ich habe mir noch nicht durchgelesen was das kann weil das hektisch war was kann das ja und für eine quest of factory zum beispiel da musst du dann in dem pool das ganze sachen reparieren aber ist nicht schlimm du stehst einfach da und hältst die ganze zeit eine taste gedrückt 30 sekunden lang glaube ich ne ja ja und kann sich nicht wehren in dem moment oh mein gott das hört sich ja nach einer spaßigen quest an oh ja das könnte man tatsächlich zu 5 kann man das machen weil dann spawnt nur ein einziger andere spieler da ja er hat gerade zugemacht ja ja geht zum versteck durch brauche Loot wird einer mit 45er T-Money ja also T nicht aber ich kicke kurz auf das go-kart versteck ja da wollte ich gerade hin aber ich hab keine Ausdauer ich hab auch keine Ausdauer oh da ist ein zweiter drin ey komm laber da kein scheiß hier zum versteck unter der brücke hier ist ne AK 104 wenn ihr jemand will 104? ah das ist so lustig ich hatte gestern zwei abgerüsteten so ein tagesquest hast du voll oder nicht? ich bin voll mit waffen dann hole ich mir die gerne noch ja ja nimm das dann wartest du kurz Sigi denn sind wir nicht alleine das kommt eh eh nicht mehr zu dir wer kommt zu mir? genau das war hab ich mich jetzt erschreckt die Wasser-Sounds echt ey achso sorry bin zu der Kiste gerannt ja alles gut da ist ne Kiste? ja ja und wir können so ne 2x6 ach da ok Sigi wer war jetzt bei mir auf dem Weg? ich bin gerade alleine das war bei dir an der Kiste wir sind zu dritt also müsstet ihr zu zweit sein ne Sigi ist weiter gelatscht ich war jetzt alleine ja ich bin ich bin jetzt hinter dem roten Truck rum ah ok ich bin da ausgeimpft ah der macht ja eine Ausdauer mehr na am LKW müsste auch noch ne Kiste sein ne? ja au komm komm scheiß Stacheldraht her man du hörst das jetzt aber nicht aber du hast gerade geschrien hier richtig schön Leute im Westbroder links ist auch nochmal Stacheldraht ne ne einmal reicht Druck ne wo sind denn die anderen beiden? wir sind schon rüber über die Autobahn ja ich versuch's gerade ich bin gerade davor ich kann gerade aber nicht springen keine Eile wir haben noch Zeit was ist schön was denn? die blendende Sonne? ja wird's im Moment dauern und du weißt schon dieses in der Hocke oder im Liegen was da braucht auch noch mal Stacheldraht ist toll ja immer aufstehen da ne deswegen bleib einfach stehen der schnauft sich ein ab hier das ist mal einmal springen der ist geschafft das wüsste ich gar nicht ja ja und da läuft oft ein Schlüssel dran wir haben gar nicht im Dixi Klo reingeguckt ne? hat jemand gequatscht? hier in dem Dixi Klo in dem Dixi Klo hinter den Containern bei dir Richtung Mauer also er ist bloß beim LKW ich bin orange ja ich hab private Stimmen gehört immer nach links in den Containern links kannst du dann weit rein oder? ja zur Mauer einbleiben ja genau und hier in dem rechten Dixi Klo links am Rohr steht manchmal ne M133 drinnen hm ok kann das spawnen so wo sind denn unsere Mates? weil langsam werden auch die Skaffs kommen ja ich bin hier ja hier ist links in der Angrabe naja hier heißt also hinter uns ja gut ja Sigi ist ein bisschen mit der Ausdauer noch weiter hinten am Kämpfen hm hm ja noch ein bisschen springen um zum Spillen hm 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 ja der lauch lauch hast du lauch gesagt? EP lauch auch ja hallo käuschen Das ist alles so Marathon gelaufen, obwohl der Sigi nur den Marathon gelaufen hat. Nee, ich bin kein Marathon gelaufen. Ich hab mich den Marathon gestohlen.